ARD Text im Auftrag von Funk Bist du am Handy nicht erreichbar? Der soll mir in Ruhe los. Was ist weg mit? Wo kriegst du das Geld? Das hab ich dir gesagt. Hast du Frank schon einmal gefragt, warum er die rausgeschmissen hat? Der will nicht reden mit dir. Aber ich... Wurde, Entschuldigung. Was ist mit dem? Den kann ich keiner mehr hören. Und was ist, wenn der doch noch klebt hat? Der hat sicher nicht mehr klebt. Du wirst mich überfallen. Über den Fall gibst du gern. Scheiße. Mit dem Geld kannst du dir ganz ein nagelneues Moped kaufen. Ich will das scheiß Geld nicht. Verstehst du nicht? 15 Jahre bin ich für dich Arbeiter. Dann schmeißt du mich einfach aus. Was ist mit dem? Ja, war nichts mit dem? Hinter auf! Nein! Nein! Na, keine Ahnung. Das ist ein Schick auf. Das war's für heute.